Solche Momente muss ich es auch mal geben. Momente der Ruhe, habe ich das Brief mal geklaut, wo können wir das lesen? J Warte, ich komme jetzt unten raus. Spaziere nochmal durch. Aha, hier waren wir schon. Noch ein bisschen Messer werfen. Ah. Nice. Das ist gut. wer ist so lange bis alle im roten kreis sind bis 3 im roten kreis stecken das tue ich so jetzt hätte ich es beim ersten versuch gemacht 1 3 im roten kreis das stimmt nicht ganz so sehr schön das hier nochmal 10 Schuss Samba na toll ein bisschen oben Achtung! Heilung! Und jetzt sohn. Ich stehe mir das diesmal besser an. Klassische Wolfenstein 1. Erstmal nachladen. Wolfenstein 3D hieß das, glaube ich. Aber es gibt. Hm. Mein nächstes gebisselt. Muss man natürlich nachladen. Ich habe keine Heilung für Blaschgewitz. Ich habe keine Heilung für Blasch. Das ist natürlich Gold wert. Hinter der nächsten Tür wieder Massen stehen. Sehr schön. Ich habe diesmal besser gemacht. Das machen wir jetzt immer, wenn wir uns über ein Versteck zurückkehren. Das ist jetzt zur eigentlichen Aufgabe. Sagst du es mir nochmal? Ne, ich sagte es nicht. Und wahrscheinlich können wir jetzt hier runter. Kisten können wir nicht zerstören. Vielleicht will ich hier schon Waffe ziehen. Aber es ist wohl davon auszugehen, dass ich hier... ... 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 Alles ist glatt und aufgeräumt. Wo ist das Innenlehnen von diesen Dingen? Hm? Max? Du hast einen Stimmelflauch. Ich brauche eine Creissäge, um eine Probe herauszuschneiden. Wir müssen jedoch ein paar Werkzeuge haben. Ach du Scheiße. dass ich hier nicht kämpfen muss und du musst die alligatoren besiegen mit dem messer okay das ist nicht gut ich habe nur das messer ja sehr toll machsachen rufmesser geht auch keiner vielleicht kann ich damit auf die maschine schießen sehr schön sehr feste kisten jetzt heilend hier weil man vielleicht von der drohne getroffen wurde ok geht nur weiter ach du scheiße hier ist doch nicht wahr ich kann hier irgendwo aufladen hier Ach du Scheiße. Ohne Aufladung. Wird das nix. Ohne Aufladung. Ach du Scheiße. Ohne Aufladung. Das ist wirklich sehr stabil. Puh. Ich hatte schon Angst hier. Zurück Captain Blazkowicz. Howdy cowboy. Nochmal. Mal mit sich kreislegen oder? Das war ja ein Stand. Was zur Hölle machen sie da? Ein Forschungsprojekt. Sie machen Max Angst. Sorry Kumpel. Hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Na los Max, gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein. Naja, irgendwie. Ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so. Klaus hatte mal einen Sohn. Im Krieg geboren. Ein Wunder sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht. Er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte inständig, es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein und sie bekamen eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen. Ein Stück Beton. Jetzt bauen wir noch irgendwelche Papiere. Vielleicht sollte ich noch mal gesehen, was ihm gut geht. Was? Die Gewehre abmantiert? Seid ihr denn bescheuert? Was? Können wir noch brauchen, wenn wir damit ausfliegen. Das Spielzeug hat dich gefunden. Die Kiste und ein Telefon. Muss ein Spielzeug suchen. Die Unterlagen brauchen wir noch. Okay, hier ist kein Spielzeug. Die Unterlagen brauchen wir noch. Jetzt bestimmt da oben. schläft ich finde Max Spielzeug sehr gerne ein Auto, Zytofon das ist klasse, William ich brauche aber noch das staatliche Register siehst du im Archiv nach? da sollte es zu finden sein ok im Archiv wo ist das Archiv hey Soldat wir halten die Tür zum Archiv verschlossen wirst du ich glaube Wyatt hat den Schlüssel Wyatt hat den Schlüssel ok ich sollte erst mal ein Spielzeug suchen ich brauche den Schlüssel zum Archiv haben sie ihn? ja ich glaube schon großartig absolut großartig was haben sie da? Erkennungsmarken Wing Commander Fergus Reed von der Royal Air Force hab sie mitgenommen und wollte sie zurückbringen aber es gibt ja keine Royal Air Force mehr bester Pilot aller Zeiten verdammt guter Soldat ich bin für sowas nicht geschaffen wofür denn? für das hier alles verdammt ich war 18 und auf einmal war der Krieg verloren alle guten Menschen waren tot auf einmal musste ich die Reste einsammeln und den Widerstand am Leben halten dem verdammten Regime die Stirn bieten meinen sie denn ich war bereit für so viel Verantwortung? ich? meine Unerfahrenheit hat so vielen Menschen das Leben gekostet erinnern sie sich an Private Prendergast? der hat alles überlebt verdammt zäh er starb meinetwegen ich hab ihn auf eine Mission geschickt und er kam nicht zurück ich wusste es nicht besser Wing Commander Fergus Reed er hätte einen Plan gehabt er hätte so viele vor dem Tod bewahrt ich hab die falsche Wahl getroffen ihre Wahl war dumm ja das war sie sie haben einen Jungen mit der Aufgabe eines Erwachsenen betraut ich hätte an jenem Tag sterben sollen Captain und Fergus Reed hätte leben sollen ich bin kein Kind mehr Captain ich weiß wenn Fehler gemacht werden hier lassen sie mich allein hören sie ja verständlich verständlich sehr verständlich ein Schlimmes erlebt ok ich suche erstmal das Spiel zurück das Spielzeug alles was ich hatte waren ein Tarnenzöpfen und eine Streichholzschachtel das Spielzeug alles was ich hatte war ein Tarnenzöpfen und eine Streichholzschachtel das Spielzeug ich komm hier durch du gehörst Max ich bring dich nach Hause ok da fehlt noch eins wir haben was nachgesucht Nehmen wir den Lautsprecher. Rüstungsverbesserung, achso. Kann nicht schauen. Noch ein Spielzeug auf der Flucht. Max, wir haben dein Spiel zurück. Ich muss hier sein, Max. Max Haas. Ja. Äh, ja. Klantierer. Kapitel 1, 8 von 8 haben wir hier. 3 von 3, 6 von 6. Okay, aber bisher alle Charakter vollständig. Okay. Fantastisch. Klaus. Klaus Kreuz war ein Parteimitglied des Regimes und bis Anfang Offizier in der Armee. Doch als seine Familie von der Geheilpolizei ermordet wurde, entschied sich Klaus dazu die Seiten zu wechseln und das Regime zu vernichten. Durch seine zahlreichen Untergrundkontakte traf er Caroline Becker, ihn überzeugt dem Wiesnerkreis beizutreten. Für Max weiß man nicht viel aus seiner und dass er keine Qualität mag. Klaus fand in einer Gasse hinter dem Müllcontainer versteckt und kümmert sich seitdem um ihn. wir haben nur Klaus und Max. Es sind doch nicht alle. Jetzt müssen wir mal das Archiv die Unterlagen aussuchen. Archivarbeit, na sehr schön. Zum Glück muss man nicht lange suchen. Wir haben es schon. Danke William. Gib mir etwas Zeit ihn zu untersuchen. Ich denke ich bin da an etwas dran. Haben Sie im Archiv gefunden wonach Sie gesucht haben? Ja. Habe etwas. Super Beton. Okay. 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 Ich habe das Zeug analysiert. Diese Art von Kalkstein gibt es nur im Norden von Kroatien. Nun. Sehen Sie hier. Der Name Set Roth. Er taucht dreimal in den Dokumenten über die Dati-Schut auf. Laut offiziellem Register wurde er vor etwa 20 Jahren festgenommen und anschließend in das Lager Selo gebracht. in Nordkroatien. Und da wird es interessant. In diesem Lager wird Kalkstein abgebaut. Er dient zur Herstellung von Superbeton. Ich bin sicher. Sie müssen nach Kroatien. Dort werden wir Set Roth finden. Ein lebendes Mitglied der Dati-Schut. Das Problem ist, die Sache ist sehr unsicher. Er ist ein alter Mann. Vielleicht ist er schon tot. Wir können so eine große Einrichtung nicht einfach stürmen und hoffen, ihn auszumachen, bevor die mit einer ganzen Armee anrufen. Also, was ist der Plan? Jemand muss reingehen und ihn finden. Undercover. Freiwillige vor. Sind Sie bereit dafür, Blazkowitsch? Oh, scheiße. Ich war so arrogant und dumm. Niemand ist jemals für so etwas bereit. Raus! Raus! Beweg uns! Schraubende! 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 Sie liegt im Scherben! Nein! Fass mich nicht an! Oh! 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 Weil ich sehe in Kroatien. Frau Engel. Was ist mit dem hier? Zu massiv. Der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der kann sicher schwer arbeiten. Bitte Frau Engel! Na gut. Oh verdammt. Willkommen im Arbeitslager Ach du Scheißer Das ist eine Häftlingsnummer Ach du Scheißer Fisch umfallen, musst du arbeiten Mein Freund, lerne zu anzeptieren Es wird nicht einfach Aber mir? Nun, ich weiß nicht genau wie lang Wochen, Monate vielleicht Wenige überleben lang Hab in Afrika gekämpft, hab sie eine Weile aufgehalten Irgendwann waren sie zu stark Nun versuche ich im Leben zu bleiben Tag für Tag Ich suche einen Mann namens Seth Roth Hab von ihm gehört Soll hier länger als alle überlebt haben Er ist im Block 4 Oder wenn du da hin willst Brauchst du die richtige Klinik Such nach einem Gefangenen Da drüben rechts Er hat eine Block 4 Uniform an Heißt Milo Hab gehört Seine Frau ist bei uns im Block Vielleicht will er ja mit dir die Uniform tauschen Aber du musst zuerst die Wachen ablenken Oh verdammt Drücke S A Oder D Ich hab die Trommelscher zu bedienen Du musst irgendwie die Wachen ablenken Sie beobachten dich Das ist ein guter Trick um sie loszuwerden Ich hab sie die Einen Aber du musst dich Desmond Das ist ein guter Trick. Es ist ein guter Trick Ach, verdammt. War noch mal die Reihenfolge. Verdammt. Vielleicht noch etwas reinschmeißen. Jetzt komme ich auf das Ding ja oben ran. Jetzt komme ich da ran. Jetzt komme ich auf das Ding ja oben ran. Das Ding muss natürlich da rein. Ah, und jetzt. Ich habe das Ding. 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 Vielen Dank.